Hey, mein Name ist Dawn. Meine Mutter hat mich so genannt, weil ich im Morgenraun geboren wurde. Heimlich, im Keller. Meine Mutter war so dumm, mich mit 17 Jahren zu bekommen. Damals waren die Dinge in meinem Land, Armenien, anders. Mein Opa war sehr streng und er hätte meine Mutter rausgeschmissen, wenn er das mit mir rausgefunden hätte, obwohl damals 17 das gesetzliche Alter war. In dem Moment, als ich geboren wurde, sagte Oma, Oh Gott, sie sieht so schön aus, wie ihr bescheuerter Vater. Sie ist das hässlichste Baby, das ich je gesehen habe. Lass sie uns loswerden. Sie hatte nicht Unrecht, Dad war nicht hübsch und ich auch nicht, im Gegensatz zu meiner hinreißenden Mom und Grandma. Aber ich wusste, dass ich auf eine andere Art und Weise besonders war. Ich musste nur rausfinden, was es war. Aber weil ich ein heimliches Kind war, durfte ich nie den Keller verlassen und hatte eine seltsame Kindheit. Mama ließ mich bei meiner Oma und ging zur Schule. Und wenn sie zurückkam, wechselte sie die Schicht mit meiner Oma. Als ich drei war, versuchten meine Mama und meine Oma, mir armenisch beizubringen. Aber ich konnte es einfach nicht verstehen. Ist es nicht schlimm genug, dass sie ein heimliches Kind ist und hässlich und jetzt auch noch dumm? Alle unsere Familienmitglieder sind Genies, während sie eine Legasthenikerin ist. Du solltest sie wirklich einfach zur Adoption freigeben. Oma, du bist ein Fiesling. Ich bin schlau. Schlauer als du. What's up? Eines Tages, als ich vier Jahre alt war, las meine Mutter etwas auf Englisch und ich nahm es ihr ab und begann fließend zu lesen. Meine Oma, die Professorin für Linguistik war, schaute schockiert und sagte, dass ich in meiner Muttersprache Legasthenikerin sei, aber fließend in Englisch. Eines Tages kamen Oma und Mama weinend zu mir und sagten, dass Opa tot sei. Mama war traurig, sagte aber, dass sie meinen Papa heiraten würde. Papa war ein Genie, wie der Rest der Familie. Er war Professor für Mathematik und Luft- und Raumfahrttechnik. Ich freute mich, dass ich Papa endlich kennenlernen würde, jetzt wo Opa tot war. Aber Mama sagte mir, dass wenn sie Papa von mir erzählen würde, er vielleicht weglaufen würde. Also muss ich noch im Keller bleiben, aber das wollte ich auf keinen Fall. Schließlich war ich fünf und ich hatte die perfekte Gelegenheit zu fliehen. Meine Tante Mary aus den Staaten kam zu Besuch. Sie war auch Professorin in einem ausgefallenen Fach. Ich bekam meine Gelegenheit zu fliehen. Ich verließ den Keller und rannte zu Papa. Daddy, Daddy, ich bin's, Dawn, deine Tochter. Hä? Äh, wer ist sie? Wovon redet sie? Daddy, sieh mich an, bitte, ich bin... Aber sein Gesicht sah entsetzt aus, als würde er explodieren. Und ich wusste einfach, dass ich großen Mist gebaut hatte. Also sagte ich, Ich meine, ich bin wie deine Tochter. Mary hat mich letzte Woche adoptiert. Ich komme aus den Staaten. Ich bin ein Genie in englischer Literatur. Ich kann so nettes schreiben. Bitte lehre mich einfach so zu werden wie du. Dad war super beeindruckt. Er lächelte und sagte, Du redest wie ein Genie. Du hast die Augen eines Genies und das Gesicht eines Genies. Willkommen in unserer Familie, Dawn. Dawn, das adoptierte Mädchen aus den Staaten. Sein Tonfall suggerierte, dass er etwas wusste. Ich hatte Angst, dass er meine Lüge nicht glaubte. Mein Vater fragte meine Tante, ob sie ihr Adoptivkind, alias mich, hier lassen könnte. Er begann mich so sehr zu lieben. Er sagte immer, Sie ist etwas Besonderes. Sie ist etwas anderes. Eines Tages, als ich in der zweiten Klasse war, fand Papa raus, dass die Lehrerin mich nicht zum Star der Woche gemacht hatte. Er wurde wahnsinnig. An diesem Tag kam er in die Schule und beschimpfte die Lehrerin, weil sie absichtlich versuchte, meine Karriere zu zerstören. Die Lehrerin fing an zu weinen. Ich umarmte sie und sagte, Oh, bitte nicht weinen. Papa kann manchmal schrecklich sein. Und es ist schrecklich, schrecklich zu sein. Papa hörte mich und brüllte vor dem ganzen Klassenzimmer. Was hast du gerade gesagt, du? Dad, Menschen machen Fehler. Manche Menschen machen viel mehr Fehler als andere Menschen und die wollen wir nicht in unserem Leben haben. Komm jetzt, sofort. Pack deine Sachen. Na los. Daraufhin beschloss er, dass wir ganz aus dem Land ausziehen und in die Staaten gehen sollten, um eine bessere Ausbildung zu erhalten. Mama wollte nicht mit. Ich habe hier ein Leben, das ich liebe. Ich will es nicht verlassen. Du liebst das Leben? Das ist das Dümmste, was ein Mensch tun kann. Liebling, ich bin ein Mensch. Spar dir das. Es ist aus mit uns. Und so einfach verließ mein Idiotenvater Mom. Ich wurde in der besten Schule der ganzen Staaten eingeschrieben. Und Dad brachte den Direktor dazu, mir einen Tag zu widmen, um die ganze Klasse zu unterrichten. Weil er sagte, ich sei schlauer als meine eigenen Lehrer. Meine Klassenkameraden hassten es, weil sie dachten, ich versuche mich schlauer und wichtiger als sie zu machen. Infolgedessen hatte ich nie Freunde. Bis ich in die sechste Klasse kam, als ein neuer Junge dazu kam. Er kam aus Belgien. Er saß hinter mir und die Lehrerin bat ihn, sich vorzustellen. Hey, ich bin aus Belgien. Von Ben. Nein, ich meine, ich bin B-B-Ben. Ja, äh, B-B-Von Ben. Noch nie von diesem Land gehört? Wo ist es? Im Nirgendwo? Neben dem Gehirn? Alle fingen an zu lachen. Was für gemeine Kinder. Ich bin aufgestanden und habe ihn verteidigt. Ihr seid furchtbar. Ben ist mein Freund. Und wenn ihr ihn ärgert, dann ärgert ihr mich. Und das wäre nicht okay. Und ihr wisst genau, was ich meine. Alle wurden still und drehten ihre Köpfe zur Tafel. Von diesem Tag an wurden wir beste Freunde. Als wir in der neunten Klasse waren, änderte sich das. Eines Tages hatten Ben und ich ein Referat im Physikunterricht. Sir Isaac Newton quantifizierte die Schwerkraft zwischen zwei Objekten, als er seine zehn Bewegungsgesetze formulierte. Plötzlich stolperte er und riss mich zu Boden. Wir fielen beide auf den Boden und das Diagrammpapier in seiner Hand schwebte nach unten und bedeckte uns. Schau dir Ben Nummer zehn an. Er ist wirklich geschmeidig, oder? Aber Ben und ich haben nicht zugehört. Er lag auf mir und seine blauen Augen hypnotisierten mich. Er kam näher. Ich erstarrte. Plötzlich sagte die Lehrerin, wir sollen aufstehen. Von diesem Tag an fing ich wirklich an, Gefühle für ihn zu haben. Aber ich musste sicherstellen, dass Dad es nie rausfand. Er würde mir lebenslang Hausarrest geben, wenn ich nur verknallt war. Kluge Menschen verlieben sich nicht und geniale Menschen wissen gar nicht, was Liebe ist. Ein paar Monate später fragte mich Ben, ob ich mit ihm ausgehe. Er sagte, ich sei klug und hübsch. Ich war nicht hübsch. Und er sagte nicht die Wahrheit. Aber ich schätze, was ein verliebter Mann sagen würde. Ich stimmte zu, mich mit ihm zu daten. Aber ich sagte ihm, wir müssen es geheim halten. Wir hatten die beste Zeit unseres Lebens. Es zerbrach, als Elena kam. Sie kam aus Belgien. Und sogar ich wusste, dass sie eine Göttin war. Ich meine, am Anfang war es in Ordnung. Aber dann fragte sie eines Tages Ben, ob sie sich sein Notizbuch ausleihen könnte, um ein paar Notizen zu machen. Er stimmte zu und gab es ihr. Als sie es nahm, berührte sie seine Hände. Und das war überhaupt nicht zufällig. Und dann sagte sie etwas auf Holländisch. Und was immer sie sagte, brachte Ben zum Lachen und zum Erröten. Ich war so genervt. Aber ich habe ihn danach gefragt und er sagte mir, ach, das war nichts. Ich wurde wahnsinnig wütend und ging nach Hause und fing an zu googeln, wie man umwerfend aussieht. Auf einer Webseite stand, dass das Essen von Blumen mich schön machen würde. Also füllte ich meinen Teller mit Rosenblättern und begann zu mampfen. Ah, oh, das ist ja furchtbar. Was mache ich da überhaupt? Mir wurde klar, dass ich nicht schön aussehen musste, um ihn zu beeindrucken. Ich war bereits ein Genie. Also fing ich an, Niederländisch zu lernen. Da ich ein germanisches Sprachgenie war, wie Papa immer sagte, konnte ich es in zwei Monaten fließend sprechen lernen. Dann eines Tages, während Ben und ich zum Mittag aßen, kam Elena und bat darum, sich zu uns zu setzen. Sie sagte auf Holländisch, Ben, du bist ein guter Kerl. Du solltest mit jemandem zusammen sein, der dich versteht. Mit jemandem wie mir und nicht mit irgendeinem armenischen Dummkopf. Du und ich. Ich sprang auf und antwortete auf Niederländisch, ich denke, es ist an der Zeit, dass du endlich deine Klappe hältst, du Hexe. Die beiden schauten fassungslos. Dann sagte sie etwas auf Französisch und ich sagte, das kann ich auch verstehen, du Schwachkopf. Verlass meinen Freund oder du wirst den Moment bereuen, als du in die Staaten gezogen bist. Ich dachte, sie würde sich schämen, aber nein. Zu meiner größten Verärgerung drehte sie sich zu Ben und sagte etwas auf Deutsch. Ah, Belgien, warum musst du so viele Sprachen können? Wähle nur eine. Sie grinste mich an wie eine dumme Hexe und schob mich dann zur Seite. Klingt, als hättest du kein Deutsch verstanden, du Genie. Ich verlor die Kontrolle. Das war's, du Hexe. Bevor sie wusste, wie ihr geschah, gab ich ihr eine harte Ohrfeige und schubste sie auf den Boden. Ben war so geschockt. Was ist mit dir los? Ich musste das tun. Worte in drei Sprachen haben sie nicht aufgehalten, hä? Geh einfach nach Hause, Dawn. Und dann half er Elena und ging mit ihr weg. Ich ging an diesem Tag so wütend nach Hause, dass ich Dad alles erzählte. Er lachte mich aus und sagte, ich sei dumm, weil ich Ben überhaupt geglaubt habe. Er ist ein Idiot und offensichtlich in dieses andere Mädchen verknallt, Elena. Er hatte recht. Am nächsten Tag habe ich mit Ben Schluss gemacht. Der Rest der Highschool verging wie im Flug und ich machte meinen Abschluss mit Auszeichnung. Ich ignorierte Ben bei der Feier. Ein Monat später zog ich in einen anderen Bundesstaat, um mich auf ausländische Kinder mit Legasthenie zu spezialisieren. Aber Dad war dagegen. Nach wochenlangen Betteln stimmte er schließlich zu. Aber erst nachdem ich ihm versprechen musste, dass ich alle vier Monate 25 Forschungsarbeiten veröffentlichen würde. Und er hat es mir wirklich abgekauft. Pff, als ob. Als ich mein Wohnheimzimmer betrat, schrie ich auf. Ich sah, Ben! Hey, Mitbewohnerin! Was machst du denn hier? Bist du verrückt geworden? Ja, verrückt nach dir. Bitte lass nicht zu, dass dein Dad dich kontrolliert, wenn er tausend Meilen weit weg ist. Mir wurde klar, dass ich Ben was sagen wollte und ich versuchte es auszusprechen. Ich, ich lieb... Ich weiß, Dawn. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich so sehr. Und dann teilt mir einen intensiven Kuss. Von diesem Tag an wurden wir wieder unzertrennlich und nach einer Weile fing Ben an, viel Zeit draußen zu verbringen. Ich fragte ihn nach und er sagte, es ist alles in Ordnung, aber ich wurde misstrauisch. Ein Jahr später verlor Bens Vater sein Vermögen und Ben beschloss, das College abzubrechen, um zu arbeiten, um seinem Vater zu helfen. Er zog aus und besuchte mich, wann immer er wollte. Eines Abends wartete ich auf Ben, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Es war Dad und er sah wütend aus. Also, wer ist dein Zimmergenosse? Wie wär's, wenn du zuerst mal Hallo sagst? Du bist mit Ben zusammen, nicht wahr? Dad, hör zu, er ist nicht so, wie du denkst. Er ist ein guter Kerl. Oh ja, wenn er so gut ist, warum ist er dann im Gefängnis? Hä? Was? Ben ist im Gefängnis? Du hast mich richtig gehört. Er und sein Vater sind im Gefängnis. Liest du nicht die Nachrichten? Irgendeine Veruntreuung oder so. Ich kann nicht glauben, dass du dich mit einem Dieb triffst. Nanny nicht so. Ich bin sicher, er ist unschuldig. Hörst du dir selbst zu? Was ist das für eine Sprache, du nichts nutzt? Die Sprache der Liebe, Papa. Ich will ihn. Ich liebe ihn. Und ich werde auf ihn warten. Du bist so dumm, Dorn. So hab ich dich nicht erzogen. Bist du sicher, dass du bereit bist, für diesen Fehler zu bezahlen? Fehler? Wenn sich zu verlieben ein Fehler ist, dann will ich den Rest meines Lebens mit diesem Fehler leben. Dann vergiss es, dass du einen richtigen Vater hattest. Jetzt seh ich dich als adoptiertes Mädchen, das du vorgabst zu sein. Von heute an bist du ein Fremder für mich. Hast du mich verstanden? Ich will dich nicht wiedersehen. Er wusste also die ganze Zeit, dass ich seine richtige Tochter war und hat weder mir noch meiner Mutter was gesagt. Ein Monat später kam Ben aus dem Gefängnis und ich freute mich, ihn zu sehen. Dachte aber auch drüber nach, was Opa gesagt hatte. Und tatsächlich, Ben hatte sich verändert. Nicht zum Besseren. Er wurde distanziert und kalt und dann fing er an, mich um Geld zu bitten. Zuerst gab ich ihm welches, aber dann hatte ich das Gefühl, dass etwas faul war. Ich beschloss, ihn zu verlassen, aber er nahm das nicht gut auf. Er fing an, mich zu bedrohen und mich überall hin zu verfolgen. Ich hatte wirklich Angst. Also beschloss ich, zu meinem Vater zu gehen. Sicher, er war manchmal ein Idiot, aber er würde mir verzeihen, genau wie er Mom verziehen hat, richtig? Naja, falsch gedacht. Ich will gar nicht wissen, was er dieses Mal getan hat. Raus hier. Papa, bitte verzeih mir. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß, jeder Mensch macht Fehler, aber manche Fehler sind unverzeihlich, Dorn. Verschwinde aus meinem Haus. Hast du mich verstanden? Warum? Welches Verbrechen habe ich getan? Was glaubst du, wer du bist? Ha? Ich werde dir sagen, wer du bist. Ein erbärmlicher, verbitterter Mann. Ich stürmte hinaus. Ich hatte ein paar Ersparnisse und fing an, online als Freiberufler zu arbeiten. Ich verdiente eine Menge Geld. Ich habe jahrelang nicht mal versucht, mit Dad zu reden. Aber dann rief er mich eines Tages an. Ich ging zu ihm. Er sah müde und krank aus. Du bist ein tapferes Mädchen, Dorn. Du bist mutig, weil du andere Entscheidungen getroffen hast. Aber ich habe versagt. Ich habe alles verloren. Nein, das hast du nicht, Schätzchen. Du hast Erfahrung gesammelt und du bist weiser geworden. Verzeih mir, dass ich dich nicht verstanden habe, mein Schatz. Ich liebe dich so sehr. Bitte glaub mir. Ich liebe dich auch, Papa. Nach diesem Tag kamen wir uns näher. Aber Papa verließ uns nach ein paar Monaten. Ich habe ihn und seine letzten Worte nie vergessen. Jetzt, acht Jahre später, bin ich verheiratet und Mutter von 20 Jahren. Zwei wunderbaren Jungs. Ich bin Professorin geworden und habe Dutzende von Forschungsarbeiten veröffentlicht, die Millionen von Kindern auf der ganzen Welt helfen. Ich treffe immer noch manchmal schlechte Entscheidungen. Aber das Wichtigste ist, dass ich daraus lerne und weiser werde. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.